Hallöchen liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute dem 5, 4, 3, 2, 1 Book Challenge Tag, den ich bei der lieben Lena von Expecto Booktronum gesehen habe, wo wir uns um fünf Aufgaben kümmern, die natürlich buchiger Natur sind. Ich packe euch den Kanal von der lieben Lena und auch die Aufgaben unten in die Infobox. Schaut da sehr, sehr, sehr gerne mal vorbei. Und ich dachte, es passt so ein bisschen von der Thematik natürlich auch so ein bisschen in diesen buchigen Mittwoch, wo ja bei mir durchaus auch immer mal ein Video online geht. Und ich dachte, wir füllen unsere Zeit mit dieser coolen Challenge. Und wenn ihr Lust habt, macht natürlich sehr gerne auch in den Kommentaren mit. Ja, die erste Aufgabe sind fünf Bücher, die du zuletzt geliebt hast. Ich habe das ein bisschen angepasst, weil ich glaube, grundsätzlich hieß die Aufgabe nur, die du geliebt hast. Ich wollte so ein bisschen, ja, etwas nehmen, das so zeitlich ein bisschen das eingrenzt und wo ich so jetzt, ja, die letzten Wochen, Monate betrachtet habe. Und da ist mir von V.I. Schwab galant in die Hände gefallen, wo ich einfach dachte, ja, das hat mir so, so gut gefallen. Es war so richtig schön langsam, es war düster, es war, ja, packend und auch mitnehmend. Und es hatte mal so eine ganz andere Grundstimmung und Thematik. Und wir haben hier dieses, ja, richtig coole Haus, was eben galant ist, dieser Wohnsitz. Und treffen auf Olivia Prior, die eine ganz besondere Protagonistin ist. Und ich mochte diese Geschichte durch das Langsam erzählen, durch diesen, ja, epischen, atmosphärischen, bildhaften, sehr, ja, so in sich schauenden Stil gerne. Denn, ja, Olivia Prior ist eben nicht ganz normal und das wirkt sich darauf aus, wie sie uns auch diese Geschichte erzählt. Und das hat mir in galant einfach sehr, sehr gut gefallen. Von David Michi gab es die Weisheit grauer Schnurrhaare, ja, die Katze des Dalai Lama. Und es ist, glaube ich, der fünfte Band, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es wird wohl sogar noch einen Band geben. Und ich liebe diese ganze Reihe. Also diese, ja, wie wir zu dieser Geschichte kommen, von unserer Katze, die irgendwann vom Dalai Lama in Indien, glaube ich, gefunden wird. Und dann wächst sie eben, ja, im Palast des Dalai Lama auf und nimmt uns mit auf ihre buddhistische Reise mit Weisheiten, mit Gedanken, Gesprächen, Austauschen, die es irgendwie rund um den Dalai Lama gibt. Und das tut sie auch in diesem Band. Und ich finde, dass es David Michi wie kein anderer schafft, diese buddhistische Philosophie wirklich total unaufregend, unaufdringlich uns näher zu bringen. Und das eben durch die Augen der Katze des Dalai Lama, durch ihre Heiligkeit. Ja, ich glaube schon die Schneelöwin. Und das gefällt mir immer wieder gut. Und ja, wenn man Geschichten rund um Tiere mag und sich vielleicht auch für den buddhistischen Philosophie interessiert, dann ist man hier absolut richtig. Dann gab es endlich in diesem Buch, in diesem Jahr, ein neues Buch von meiner lieben Jackie Fagut, Last Love, und zwar das Geheimnis von Dalton Screen, Greek, ein etwas anderer Roman, nicht so eine reine Liebesgeschichte, wie man es vielleicht in den letzten Büchern von Jackie kannte, sondern wir haben hier auch so ein bisschen so ein cozy Krimi-Vibe mit drin, weil ja, auf der Terrasse befindet sich auf einmal ein nackter Mann mit einem Gewehr und natürlich müssen beide jetzt so ein bisschen herausfinden, warum erinnert er sich an nichts mehr, was hat es mit den merkwürdigen Typen von der Nachbarsrange zu tun und dazu auch wirklich dieses traumhafte Cover und dass wir hier eben auch Kauberhüte tragen und unterwegs sind im Texanischen und fand ich richtig schön. Ich mag den Stil von Jackie wahnsinnig gerne, ich liebe ihre Bücher und auch dieses und ja, denke ich auch immer mal wieder dran zurück und ja, kann ich nur sagen, wer so ein bisschen cozy Krimi mit Love Story mag, der ist hier absolut richtig. Dann ein Sachbuch, was ich jetzt erst vor kurzem beendet habe und auch schon im Hörgenuss geschwärmt habe und zwar 4.000 Wochen von Oliver Burgmann, denn auch das gehört ja so ein bisschen zu meiner Lesevielfalt mit, dass ich eben auch gerne Sachbücher und auch Reisbücher ähnlichem so ein bisschen was lese und hier fand ich tatsächlich sehr prägnant diese Vorstellung, es sind nur 4.000 Wochen, die man als Mensch auf der Erde hat, wenn man so um die 80 Jahre alt wird und das erscheint einem ja, 80 Jahre klingen unglaublich lang, wobei ich dann halt denke, dann habe ich auch schon die Hälfte hinter mir, das ist schon so ein bisschen gruselig, aber 4.000 Wochen finde ich tatsächlich noch mal so eine Spur eindringlicher, das ist wie mit diesem, so mancher Hund hat nur zwischen 10 und 12 Sommer, wo ich denke, oh mein Gott, was sind denn 10 oder 12, also je nachdem, ne, Sommer, das ist ja nichts, wenn ich denke, dass ich mit Weasley jetzt im Grunde schon meinen zweiten Sommer erlebe und erlebt habe, dann, also das finde ich total heftig und ja, manchmal muss man sich diese Dinge so ein bisschen vorstellen und das mochte ich bei Oliver Burgmann sehr, dass er auf sehr eindrückliche Weise uns schon sagt, ja, dass 4.000 Wochen gar nicht so viel sind, dass Zeitmanagement eigentlich überhaupt nichts hilft, dass wir nicht schneller, effektiver werden, dass wir deswegen trotzdem nicht mehr Zeit haben, wir haben nur die Zeit, die wir eben haben und wir müssen eben versuchen, sich so zu nutzen, wie es sich für uns gut anfühlt und es waren einige Impulse darin, die ich richtig, richtig gut fand und das ist für mich definitiv ein Nachkaufkandidat, ich habe es gehört, was definitiv in mein Regal muss, was ich auch noch mal durchlesen möchte, wo ich mir einfach noch mal so ein paar Punkte, Impulse anmarkieren möchte, ja, fand ich sehr eindringlich, fand ich sehr gut und als letztes dann von Adriana Popescu, Goldkehlchen kam auch dieses Jahr dann heraus und hat mich wahnsinnig gut unterhalten, man sieht hier im Hintergrund auch schon die Golden Girls, die mehr oder weniger so ein bisschen Inspiration waren, zumindest was den Ort der Geschichte angeht, nämlich die Schattige Pinie, ein Altenheim, das auch schon bei den Golden Girls eine Rolle gespielt hat und hier finden wir uns in einem Demenzchor wieder und wir haben hier eine wunderbare Lebensgeschichte und die Adriana erzählt von verschiedenen Menschen, vom Älterwerden, vom Umgang mit der Krankheit, mit dem Umgang Betroffener, ja, wie unterschiedlich das eben auch alles sein kann, wie Leben sich verändern können und ich mochte die Geschichte super gerne. Ich fand sie sehr tiefgründig, ich fand sie dennoch unterhaltsam, ich fand sie trotz des schweren Themas sehr leicht, sehr zugänglich und ich war wahnsinnig berührt an vielen, vielen Stellen in diesem Buch und mir hat die Geschichte wirklich großen, großen Spaß gemacht und ich war sehr happy, sie gelesen zu haben. Dann vier Autoren, auf die ich mich immer freue, die sofort neugierig machen. Ja, ich würde sagen, Adriana Popescu, sie ist hier in zwei Regalfächern vertreten, ich glaube, da muss ich gar nichts mehr sagen, ich habe so ziemlich alle Bücher von ihr, auch von ihrem Pseudonymen gelesen, ich glaube, ein oder zwei sind noch ungelesen, aber das lässt sich dieses Jahr im Urlaub auf jeden Fall auch noch ändern und ich freue mich auf alles, was da kommt. Und mir ist es dabei, egal ob wir im Jugendbuchbereich sind, ob wir ernstere Themen haben, ob wir Roadtrips haben, ob wir Lebensgeschichten haben, ob sie Liebesgeschichten schreibt, ob sie kleine Krimi schreibt, ob sie Kurzgeschichten in der 0711-Reihe, glaube ich, hieß es, geschrieben hat. Ich bin immer dabei, ich mag ihre Geschichten, ich mag ihren Stil, ich mag besonders ihren Humor, so ein bisschen den Zeitgeist. Dadurch, dass wir sehr ähnlich alt sind, haben wir sehr viele Dinge, die uns so ein bisschen verbinden, die auch in uns eben Dinge so hervorkommen lassen, sei es Musik, Filme, Serien und das mag ich unglaublich gerne und ich mag ihre Dialoge, ich mag diese Lockerheit, ich mag diese Echtheit und da, wenn was kommt, freue ich mich immer. Es kommt dieses Jahr ja auch noch die Misfits-Akademie und da freue ich mich auch sehr drauf. Ist auch eher so Richtung Jugendbuch, da bin ich aber auch sehr gespannt, was sie da für uns zaubert. Dann, ja, J. Christoph hat sich in den letzten drei, vier Jahren in mein Herz geschlichen, angefangen. Von der Nevernight-Reihe steht ja auch gefühlt alles hier. Habe ich alles gelesen, alles geliebt, alles weggesuchtet und freue mich da immer, wenn ich irgendwas bekomme, weil ich mag auch hier seinen sehr trockenen, dunklen Humor. Ich mag ein bisschen, dass es derber zugeht und ich finde einfach toll, was er für Charaktere erschafft und wie er ihnen alle so, ja, ihren eigenen Stempel gibt, ihren eigenen, ja, Charakter gibt und das, finde ich, macht er richtig, richtig gut. Und gerade auch in der High Fantasy ist er da wirklich mit beeindruckend unterwegs und catcht mich da mit seinen Geschichten und auch seinen Ideen. Und mal gucken, wann der zweite Teil zu Vampire, nein, Empire of the Vampire kommt. Schauen wir mal. Ja, auch in diesem Regal, die scheinen es sich gemütlich zu machen und auch Galant wurde gerade schon genannt und zwar, ja, V.I. Schwab. Da muss ich wirklich sagen, bis auf ein Buch habe ich alles super gerne von ihr gelesen. Egal, ob es die jugendlicheren Bücher sind, ob es, ja, die erwachsenere Fantasy ist, ob es Eddie LaRue war, wo wirklich hier oben, wo ich das Gefühl habe, ich muss das ganz dringend unbedingt nochmal lesen, ob es die vier Farben der Magie war und ich mag ihre Art, wie sie die Welt betrachtet, wie sie sie in ihre Fantasy packt, wie man Dinge auch wiedererkennt, so aus unserer Welt, in der anderen Welt, wie sie Charaktere handeln lässt, wie sie sie entwickeln lässt und ich mag auch so dieses etwas düstere und ich mag dieses sehr langsame Bildhafte. Ich weiß, das stößt bei manchen auf. Ich glaube, das war auch bei Eddie LaRue das Problem von einigen Lesern, aber ich mochte das sehr gerne, wie wir ihr durch die Zeit folgen und wie sie da wirklich so die Geschichte erzählt. Und gleichzeitig, wenn ich an die City of-Reihe denke, was dann eher ein bisschen kindlicher ist und man merkt dann auch ihre eigene Liebe zu Büchern und zu den Geistern und Gespenstern und wie sich der Schleier hebt. Also ich finde, sie schafft Düsternis wirklich auf ganz tolle Art und Weise und manchmal auch eher so zwischen den Zeilen, als es so BAM in your face. Und dann musste ich beim vierten Autor so ein bisschen nachdenken und dachte aber dann schon so ein bisschen an Andreas Eschbach. Da stehen jetzt die Bücher sozusagen unter mir, wo ich wirklich relativ viel gelesen habe, nicht von allem immer unbedingt begeistert bin oder war. Und auch gerade das letzte Buch hat mir von ihm überhaupt nicht gefallen oder Geschichte. Ich glaube, man kann das mit den 100 Seiten gar kein Buch eigentlich so richtig nennen, aber das ist schon ein Autor. Wenn ich da lese, es gibt etwas Neues, dann werde ich schon hellhörig. Das muss ich ganz klar sagen. Und ja, ich habe auch noch zwei, drei Bücher auf der Wunschliste beziehungsweise dem Sub. Nein, Sub glaube ich nicht. Nein, ich glaube nur auf der Wunschliste. Aber jetzt habe ich ja erst die Sub-Videos gedreht, kann mich aber tatsächlich gar kein Eschbach erinnern. Ich glaube, die sind nur auf der Wunschliste. Und ja, ich muss sagen, er schafft es halt immer, diese Science-Fiction, die er oft ja schreibt, dieses Utopische oder Dystopische in seinen Geschichten. Es fühlt sich halt oft so an, wie es könnte wirklich so passieren. Und es ist schon manchmal auch sehr ausufernd von seinem Erzählstil. Also es ist auch kein Autor, der sich kurz fassen kann. Aber da steckt so viel Tiefgründigkeit und Erzählgeschichte drin, dass man einfach sagt, man braucht auch einfach diese Zeit, damit man in die Geschichte reinfindet, um dann eben auch nachvollziehen zu können, wieso Menschen so handeln, wie sie es tun, warum sich eine Geschichte so entwickelt. Und ja, da mag ich Eschbach tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne und hoffe, dass da die nächste Geschichte auf jeden Fall mehr packt als die letzte, die nächste mehr packt als die letzte. So rum. Dann drittens, nein, drei Tropes, die du magst. Also ich muss sagen, ich musste erst mal bei Tropes so ein bisschen überlegen. Dachte dann, ja, so klassische Strickmuster, die es natürlich in jedem Genre so ein bisschen gibt. Da gibt es schon ein paar Dinge, die ich ganz gerne mag. Ich muss ehrlich sagen, mir fallen eher Tropes, Strickmuster ein, die ich nicht so mag. Gerade in den Liebesgeschichten sind diese Strickmuster ja sehr vertreten und ich habe dann so ein bisschen in die Fantasy-Richtung gedacht und dachte, ja, ich mag das so, dieses klassische Schul-Internats-Leben, dieses Aufgaben-Alltag, vor irgendwelchen Challenges zu stehen. Also egal, ob man an Harry Potter denkt oder jetzt an Fourth Wing oder auch an Nevermore, wenn es da so ein bisschen losgeht mit den Aufgaben, das mag ich schon sehr gerne lesen, weil man auf der einen Seite natürlich den Charakter, den Protagonisten auch begleitet in diese Aufgaben, gleichzeitig auch so eine Gruppendynamiken irgendwie bilden und man natürlich auch eine recht große Welt oftmals entdeckt und das lese ich tatsächlich schon sehr gerne. Also deswegen, glaube ich, freue ich mich jetzt auch auf die ein oder anderen, ja, Academy-Bücher, die jetzt irgendwie kommen und das mag ich tatsächlich ganz gerne. Ich bin auch ein Fan von diesen klassischen Quest-Geschichten, dieser Heldenreise, dieser Abenteurer-Geschichten in der Fantasy, also wo sich eine Gruppe auf den Weg macht, um, ja, das Problem der Welt zu lösen und das mag ich in der Fantasy ganz gerne, weil ich ein Fan bin von Gruppendynamiken. Also würde ich da an das Reich der Krähen zum Beispiel denke oder, ja, jetzt mein ganz klassisch natürlich auch der Herr der Ringe, ich meine, da heißt auch der erste Band schon, die Gefährten. Das ist schon was, was ich sehr gerne lese. Einfach dieses Miteinander. Gleichzeitig, ja, zeigt sich ja doch oft, wer ist der Held, welche Richtung geht man und dass man eben dann durch die Welt kommt und wenn die dann noch groß ist und episch und Spaß macht, dann ist das natürlich schon so ein Strickmuster, was ich ganz gerne lese. Und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt, welches Strick musste mir denn in Liebesgeschichten wahrscheinlich mit am besten gefallen wird. Und ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen dieses Friends to Lovers. Also ich glaube, Liebe kann aus Freundschaft entstehen und es ist, glaube ich, das Schönste mit, wenn eben der beste Freund dann eben einen durch das Leben begleitet, eben auch dann die andere Rolle des Partners, des Ehemanns, jetzt von meiner Warte aus gesehen, begleitet. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was in Liebesgeschichten bei mir auch ganz gut ankommt und besonders schön, wenn eben diese Zweifel so ein bisschen aufkommen, verliert man seinen Freund, wenn man diesen Schritt geht. Aber es darf eben nicht, ja, es darf nicht zu jammerig werden, es darf nicht zu kritisch werden, weil dann denke ich immer, dann, ja, also es ist tatsächlich schon schwierig, mich für so ein Strickmuster zu begeistern, aber ich glaube, wenn so Liebesgeschichte mit einem Strickmuster, dann das. Also so von Enemies to Friends, das ist so nicht meins. Ich bin auch nicht der größte Fan von diesen grummeligen Charakteren, die dann auf einmal der Sonnenschein werden, wie der andere Charakter. Das haben wir ja so ein bisschen in ein ganzes halbes Leben, wobei da noch mal eine andere Komponente mitspielt. Aber, ja, funktioniert natürlich manches, aber durchgängig möchte ich diese Geschichten, in denen Strickmuster, in diesen Tropes, dann nicht unbedingt so lesen. Ja, zwei Orte, an denen du gerne liest. Also ich bin schon ein absoluter Couchleser. Also ich kuschle mich gerne auf meine Couch, habe meine Leseeule oder irgendein Kissen da liegen und da ist dann der E-Book-Reader oder eben auch das Buch. Ich habe da auch gerne meine Kopfhörer auf und höre dann ein Hörbuch. Das ist schon der Ort. Also ich gehe auch dann wirklich abends irgendwann meistens von der Couch ins Bett und dann wird eben meistens nicht mehr so gelesen, weil ich möchte ja dann schlafen. Außer das Buch ist so spannend, dass ich denke, ah, noch so eine halbe Stunde geht und naja, wie es dann ausgeht, könnt ihr euch denken. Das ist auf jeden Fall schon so der Ort in meiner Wohnung, in dem ich gerne lese. Im Sommer ist es durchaus dann gerne auch mal der Garten. Da kann es natürlich auch einfach mal der See sein, wobei das jetzt mit Hund durchaus nicht mehr ganz so einfach ist, dann unaufmerksam ein Buch zu lesen oder das Buch aufmerksam zu lesen und den Hund unaufmerksam sitzen zu lassen, während Menschen um uns herum irgendwie etwas tun könnten. Von daher im Sommer dann schon eher der Garten. Ich bin aber definitiv auch ein Meerleser. Also ich mag es ganz gerne, auch wenn ich schon sage, dass ich im Urlaub und am Meer sitzen weniger lese als im normalen Alltag, mag ich es schon gerne, da zu sitzen, eine Geschichte zu lesen und immer mal den Blick zu heben und das Meer zu sehen. Oder ja, zum Beispiel auch Hörbuch im einen Ohr und das Meerrauschen am anderen. Also das hat mir dieses Jahr tatsächlich super gut gefallen. War glaube ich auch so der erste Urlaub, wo ich Hörbuch mal aktiv am Strand gelesen habe oder gehört habe und da muss ich sagen, am Meer bin ich einfach immer super gerne und ich würde das so mal als Außenleseplatz mit aufzählen, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich da nicht so oft lese, aber dafür umso lieber. Ich glaube, so kann man stehen lassen. Ja, und das letzte ist dann ein Buch, auf das du dich besonders freust und ich habe die Aufgabe durch drei geteilt, denn ich fand es so ein bisschen schwierig, welche, für was entscheide ich mich und ich habe jetzt so unterschieden, ein Buch aus dem Sub, ein Buch aus der Neuerscheinungsliste und ein Buch, was auf meiner Wunschliste ist, worauf ich mich aber eben auch einfach freue und ja, fangen wir mit dem Subbuch an. Gerade erst angekommen als Rezensionsexemplar vom Knauer Verlag ist die Schwarze Königin von Markus Heitz. Ich freue mich mega auf diese Geschichte und ich glaube, ich muss jetzt am Wochenende, also wahrscheinlich habe ich schon gelesen, wenn das Video hier online geht, aber ich glaube, ich muss es jetzt hier Ende August noch lesen, weil ich bin so gehypt auf diese Geschichte. Es ist ein Einzelband, soweit ich das gesehen habe und ja, wir haben hier eben auch wieder so ein bisschen Vampire und ja, und Düsternis und ich finde auch das Cover wirklich großartig. Also ja, darauf freue ich mich und es liegt auch schon auf dem Sub. Auf meiner Wunschliste war es tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, da ist so ein Buch, was recht weit oben steht, ja, Sternenbrücke von Robert Corbus. Da hat Jenny von Letters in Life immer wieder davon geschwärmt und das klingt wirklich nach einer Geschichte, ach, die klingt so ein bisschen nach mir, denn wir sind hier auf der Sternenbrücke und bei einer Detonation geht das Raumschiff im Hyperraum verloren und seitdem zweifelt Yule am Sinn seines Lebens, doch erhält ein einmaliges Angebot. Als Bordarzt heuert er auf einem Raumschiff der Star Life, nein, Star Silver Corporation an, um das, die zerstörte Sternenbrücke eben auch zu reparieren, wo er seine Frau verloren hat. Und ja, er nimmt Unterricht, Flug in Kauf, den er zusätzlich braucht, denn er hofft, so etwas mehr über das Verschwinden seiner Frau herauszufinden. Doch die Frage, die sie stellt, ist er nach einer eineinhalb Jahrhunderten anhaltenden Schlafzeit, im Kälteschlaf, wirklich im Zielsystem und findet er dann auch das, was er da sucht. Und das klingt schon nach sehr cooler Science Fiction und ich glaube, das muss demnächst irgendwie mal bei mir einziehen. Und dann bin ich mal meine Neuerscheinungslisten für dieses Jahr durchgegangen und ich glaube, da hat mich am meisten angelacht, Stalking Jack the Ripper von Carrie Menace Carco. Das ist der Auftakt einer Reihe, wo auch schon der zweite Teil angekündigt ist. Da wird es um Prinz Dracula gehen, eine gefährliche Jagd, aber jetzt, ich glaube, im Oktober oder November kommt Jack the Ripper und wir sind eben im Jahr 1888, wir sind in London und wir treffen auf Audrey Rose Wadsworth, nein, Wadsworth, sie ist die Tochter eines Lords und hat ein Leben voller Reichtum und Privilegien, doch zwischen T-Verabredungen und Kleiderproben führt sie ein verbotenes Doppelleben. Entgegen der Wünsche ihres strengen Vaters und den Erwartungen der Gesellschaft schleift, schleicht sich Audrey oft in das Labor und den Hörsaal ihres Onkels, um Gerichtsmedizin zu studieren. Und ja, dabei bekommt sie eine ganze Reihe grausam zugerichteter Leichen zu sehen und stößt auf Ungereimtheiten und mit dem attraktiven Thomas Cresswell fängt sie eben an auch zu ermitteln und schnell wird klar, dass sie sich auf der Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper befindet. Die Suche nach Antworten führt sie näher an das eigene Umfeld des Jack the Rippers und zu einem furchtbaren Geheimnis. Und ich bin sehr gespannt. Ich mag die Geschichten rund um Jack the Ripper, ich mag diese Legende, ich mag Filme, ich mag Bücher und ich bin hier sehr gespannt, was uns diese Geschichte erzählen wird. Ob Jack the Ripper eher nur so eine Randnotiz ist oder ob es hier tatsächlich ein bisschen was damit auf sich hat und dann natürlich, wenn das gut ist, freue ich mich auf Prinz Dracula. Ja, das war jetzt meine Interpretation von 5, 4, 3, 2, 1 Book Challenge, der Challenge. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen mit ein paar mehr Büchern, als es sich jetzt hat hier vermuten lassen. Ich bin sehr gespannt, welche Aufgaben ihr vielleicht in den Kommentaren lösen wollt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.